Hallo Leute und herzlich willkommen zu Shieldwall Shieldwall Ja ne, willkommen zu Shieldwall Wir werden das heute mal anspielen Die erste Ding ist, die erste Kampagne Mission Akt 1, also Kapitel 1 Verwundert euch nicht, ich hab das früher schon mal gespielt Deswegen seht ihr auch, zum Teil sind da schon Schlachten gespielt Noch nicht alle Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf Battle of Arar Arar Und stürmen da mal in die, in die, in die Schlacht aller So Leute, ich wurde jetzt hier nochmal kurz unterbrochen Deswegen bin ich immer ganz im Element Ich wusste nicht mal was ich sagen wollte, aber ist ja eigentlich egal Wir starten jetzt hier rein und drücken Resume Ganz erstmal Ihr seht ihr, wir sind hier in unserem Ja, warte, ich muss das kurz hier ein bisschen So Wir sind hier in unserem Lager Wir können hier mit, wir bekommen halt Ihr seht es unten, das Gold lädt sich immer auf Ich weiß nicht, ob es dann wie noch so einen Faktor gibt oder nicht Und da drüben seht ihr, da sind auch schon Leute Okay, jetzt Wir können jetzt hier Leute anheuern Aber ich weiß leider gerade nicht mehr, wie es geht Ich glaube mit 1 und 2 Ah, guck mal, ja, sieh mal einer guckt Der kommt wieder runter, bitte 1 ist ja wahrscheinlich für Malita Und 2 ist dann für Defender An der Hierarchie, also steht ja, okay, egal Wir nehmen erstmal ganz viel von denen hier Wie viel wir können Ich weiß gar nicht, gibt es da ein Limit? Ich weiß es nicht Okay, ja Okay, das Limit ist scheinbar 19 Leute Mit mir oder ohne mich, ich weiß es gar nicht Auf jeden Fall haben wir hier unsere Burg Die müssen wir verteidigen Und wir müssen andere angreifen Wir können jetzt den hier zum Beispiel Sagen, hier Charge, das heißt hier glaube ich Angriff Oder, warte mal Ja Der neue Enemies, genau Dann V ist Missiles Wir haben keine Das wären dann mit diesen schweren Ähm T T Was ist denn? Test Test Ah, okay Das ist scheinbar Shields Ähm Jo Genau Shield Ist dann Holt Das heißt, die bleiben hier Und wir können weg von denen Weil sonst Wenn wir wieder auf Follow Dann kommen die halt immer mit Jetzt ist es so Wir haben hier eine Map Äh Sind wir grün? Ne, wir sind rot Okay, das ist unsere Lage Wir können jetzt hier Die verschiedenen Sachen einnehmen Das ist auch unser Ziel Ihr seht, wir haben oben Grün als Gegner Und auch Äh, pink Und ihr seht jetzt auch Ähm Wir können hier auch Team Upgrades machen Stimmt Oh Gott Okay, wir holen auf jeden Fall Ein Standard Typ Weil ich wusste nicht mit dem Wasser Erkann Aber ich glaube, das war ganz gut Dann holen wir nochmal Limits of Units Okay, genau Das kostet dann auch immer Gold Ja Wir laufen jetzt hier einfach mal Natürlich Hier durch Und hier oben Ja, hier oben seht ihr Hier ist die erste Flagge Wir gehen jetzt hier hin Um dem das ein Ihr seht jetzt hier, wie das runter geht Und wie es dann gleich wieder hoch geht Also jetzt geht es runter, ne Neutralisieren Und jetzt Würden wir das Ganze aufmachen Und ihr seht jetzt Genau Hallo Alter, das ist unser Typ Ich dachte gerade Scheiße, Mann Jetzt kommt da schon welche Okay, wir holen uns jetzt nochmal Oh shit Äh, äh, äh Charge Oh Gott Jetzt gibt's Fight Das Gute ist Wir sind hier bei einem Punkt Weil bei jedem Punkt Hier können wir Leute spawnen Das ist ganz wichtig Weil dann können wir immer wieder neue Spam Bis die tot sind Wie sie jetzt sind Ähm Okay Ich würde sagen Wir gehen taktisch vor Wir gehen jetzt erstmal B Gehen wir jetzt erstmal B Also wir Ja, wir gehen erst erstmal Hallo Leute Bruder, ich will laufen Danke Wir wollen jetzt erstmal B einnehmen Wichtig ist jetzt Ihr seht oben Team Points Da sind wir noch relativ low Aber das liegt einfach daran Da die anderen Ich meine Grün hat schon umfasst Alles eingenommen Und wir gehen jetzt auch langsam Ein bisschen mehr ab Weil wir jetzt halt auch schon Ein paar Sachen eingenommen haben Oh lol Genau Attack Na gut, die machen wir sowieso Easy peasy land Squeezy So Okay, Leute Wir upgraden nochmal ganz kurz Ich weiß aber nicht Aber ich weiß nicht Was Ich weiß auch nicht Um Missiles zu gut sind Ich würde sagen Wir machen hier einfach Healing Area Weil dann können wir uns halt heilen Okay Ich würde jetzt sagen Wir gehen für E Und versuchen da mal E einzunehmen Oder nicht Nicht Wie sagt man Nicht bummeln Genau Oh, stimmt Wir können ja das auch noch customisen Da gibt es aber einzelne Punkte Ich weiß gerade nicht mehr Was bringen denn die Aha, hier steht das Damage Hps ist wahrscheinlich Heal per second, oder? Und das untere ist dann noch mit Gold Also man mehr Gold bekommt Und die Kosten senkt Ich würde aber erst mal sagen Wir gehen für Damage Dass wir mehr Damage machen Okay, ich weiß nicht Wie schlau das ist Weil das sind glaube ich Ein paar Leute hier Oh, ein Legionär wäre eigentlich auch Egal Hallo Leute Oh, Leute Der schießt glaube ich gleich Egal Aber jetzt sind die weg Jetzt rennen wir da rein Und überfallen die so richtig, Alter Okay, das Ding ist Stimmt Wir müssen ja hier das Tor einschlagen Ich helfe einfach mal mit, Leute Wir machen das kaputt Ich spamme auch eher Damit die checken Was wir machen müssen Okay, wir haben ein Mann Zwei Mann verloren Scheiße Zack, Alter Rein da Ja, da rein da Okay, Attack, Leute Attack, Attack, Attack Ich stehe hier zur Flagge Das ist sozusagen Mein Leinwächter Und der anderen Okay, das ging schnell, Alter Okay, Block Okay, noch nicht mehr Wir holen uns hier Direkt wieder, Leute So, wir haben jetzt auch ein bisschen Gold wieder Wir holen jetzt erstmal den Spearman Und danach holen wir uns den Legionär Denn der ist halt noch besser Okay, wie konnte ich nochmal mit Q Okay, mit Q Okay, da haben wir keinen Punkt mehr Okay, sie haben B Oh, Leute Sie haben B wieder reingenommen Jetzt ist Grün fast ausgerottet Das ist immer ganz lustig zu sehen Ähm, ja, wir watscheln jetzt hier weiter Mit unserer Enten-Crew, Alter Und greifen hier mal da vorne an Bzw. hier ist ja gar nicht Okay, dann chillen wir es halt einfach hier Oh, doch, drum Leute, die verpassen uns jetzt Ha Also, let's go Geht auf jeden Fall ziemlich schnell jetzt Okay, kommt, Leute Wir gehen jetzt hier direkt weiter zu F Und versuchen F noch einzunehmen Weil die sind ja scheinbar gerade um D noch am Fighten Okay, jetzt nicht mehr Jetzt haben sie es eingenommen Oh Hallo Sind wir freundlich oder feindlich? Attack, Alter Bam, Alter Oh, Loll Ich wollte gerade sagen Ich sollte eigentlich nicht so reingehen Weil das ist nicht gut für mich Ich bin tot Das Gute ist, die Feinden noch weiter Aber wir verlieren Mann um Mann Ich weiß nicht, ob wir diese Schlacht gewinnen Aber es sieht zwar, glaube ich, gut aus Sieht zwar Okay, es sieht nicht gut aus Digga, wir haben so Oh nein, nein, der guckt Sieht zu traurig Ach so, ich kann respawnen Loll Loll, wir haben ja schon genug Gold Wir holen uns jetzt, Legionäre Und, genau Die können wir Legionäre können wir uns mit Drei, okay Die sind halt auch etwas teuer Wie viel kosten die? 20, okay, 20 Gold Aber die sind einfach besser Gut, im Moment sieht sie eigentlich noch nicht mal so schlecht aus Wo ist C? Okay, die nehmen das da oben wieder Aber das ist egal Wir gehen dann mal gleich für C Okay, wir nehmen jetzt trotzdem einer noch Weil die kosten nur 10 Oh, lol, da kommen die grünen Scheiße Oh, lol, die haben ich Oh, lol, okay Okay, ich versuche jetzt einfach zu spammen In Hoffnung, dass wir das überleben Irgendwie Sieht das gut aus bei euch, Leute? Ja, doch Boah, Alter, der eine wurde mega weggehebt Okay, eine grüne Truppe einfach vernichtet Alter, jetzt kommen die Bastarde schon wieder Was soll das denn? Mann, Alter Das sind aber echt viele, ne? Scheiße, Mann Ich warte, wir haben noch einen Stadatenpunkt, Leute Machen Sie hier ein Messer Torschaden oder HP? Ja, aber der HP ist, glaube ich, nur von uns, oder? Wir machen jetzt einfach nochmal das hier Jetzt haben wir 5% mehr Damage Ich glaube, das ist nicht schlecht Wieso schreie ich denn so rum, Alter? Was ist mit euch? Der eine haut einfach ab Na, gar kein Bock mehr Let's go Oh, oh Oh, tut mir leid, das war mein Fehler Oh, der in dem steckt jetzt einfach ein Bein im Kopf Eigentlich hätte ich hierhin blocken sollen Dann hätte man das ganz gut abwählen können, aber Ich war halt zu Hab's zu spät realisiert, dass die jetzt mit Spieren hier ankommen Wir haben einfach jetzt Oh nein, oh Gott, du Leute, geht's hier gut, Alter? Ich bin voll Heidegger Ist nicht lustig Oh, mehr Attack Mehr Damage Okay, wir gehen für F, Leute Wir gehen für F Haben wir eigentlich noch Team-Upgrades? Irgendwas krasses, Alter? Okay, jetzt muss ich schnell gehen, Leute Ruhig Taddaa Und F eingenommen Wir spamen erstmal unser Gold durch Dann haben wir jetzt wieder 22, Leute Und wir gehen jetzt mal zurück, weil Ja, sonst passiert uns noch ein Malheur Oh, shit Aber wir machen einfach Blitzkrieg-Taktik Nehmen Grün ganz schnell ein Und dann gehen wir Ja, zu den anderen halt Das Ding ist, wir könnten Grün jetzt halt wirklich versuchen auszulöschen Weil Ich vermute, dass Äh, Lila jetzt auch nach da drüben gewandert ist Ja, guck, Lila ist auch im Fighten Also Grün könnt ihr zerstören Weil das ist dann ziemlich einfacher To be honest Okay, Leute Attack Alter, wir kommen jetzt noch von hinten rein So richtig A-So-Zahlen Ey, Brüdi Toll, die Scheiße Kann ich eigentlich auch kloppen? Ne Okay, schade Oh, wir haben es eingenommen Okay, Leute Der ist tot, würde ich mal behaupten Ne, der lebt noch Leute Hä? Oh, Leute, die spawnen hier auch wieder Aber nicht mehr lange, kann ich euch sagen Nicht mehr lange Grün wird gleich ausgerottet sein Bam Leute, wir haben keine Truppe verloren Okay, krass Nein, die Kamera hat keinen Akku mehr Och Mann, ey Naja, okay, Leute Dann müsst ihr sein Zoll fertig schauen Ich nehme das jetzt schon zum zweiten Mal auf, Alter Okay, Leute Wir nehmen jetzt diesen Punkt hier ein Ganz schnell Die Okay, sie haben B eingenommen Ich weiß nicht, wo B ist To be honest Aber Was ich weiß Wir werden sie fertig machen Das Ding ist Ich weiß nicht Gerade Ah, die sind da unten Moin, Werner Attack Oh nein, die haben trotzdem zwei getroffen Ne, einen Plötzlich nur Hä, die sind einfach wieder aufgestanden Was für Babos Ah, das Problem ist Die können halt wieder hier respawnen, ne Leute Äh, Rückzug Äh, wie kann ich Follow me Schnell weg Scheiße Puh Okay, dieser Angriff ist nach hinten losgegangen Ich bin ganz ehrlich Scheiße, das Toys ist auch noch nicht repariert Egal Das werden wir jetzt hier mal wieder Leute durch So Und jetzt Attack Oh Ja, okay Das war reiner Selbstmorde Wie ich auch hier so stehe So episch Und hier alle da unten im Verrecken Wir gehen jetzt aber diesmal Taktisch Wir gehen nicht für B Weil das andere war ja glaube ich B Wo sie vorhin waren Wir gehen für E Das ist nämlich eine andere Burg Oh, nein Jetzt kommen die von Ey Bruder, das ist unser Point Attack, Leute Bevor sie das Ganze einnommen Jetzt können wir nicht mehr respawnen Ach, Scheiße Halt, die haben wir komplett verschissen Aua Ich geh wieder weg Ich kann nicht verhalten Ist ja das jetzt noch als unserer Point Ne, aber Es steigt Okay, da ist wieder unserer Let's go Oh Gott Die haben die noch richtig fertig gemacht Ey Okay, Leute Mitkommen Hm Okay, erstmal noch mehr Damage Oh, sogar mehr Noch mehr Ja, moin Die sind ja voll wenig Oh Gott Die können jetzt hier wieder respawnen Kommt, Leute Stell doch nichts an Nicht bummeln Mein Gott Nicht bummeln Ich schlage schon mal Wir haben leider nur noch 20 Mann Das ist nicht gerade viel Oh Gott Ich will nicht an der Front sein Leute Lass mich raus Danke Ich will nicht Aber ich muss eigentlich rein Um hier den Punkt einzunehmen Da hinten Attack, Leute Oh, Leute Wir sind hier wirklich Gerade voll gut dabei, ne Leute Hilft uns doch mal Mein Gott Was ist das denn Hilfe Ah, guter Krieger Guter Krieger Komm, gib ihm die Stelle Oh, Bruder Attack, Leute Ja, so geht das doch Haben wir es dir mal so richtig gezeigt Ich habe jetzt nur noch einen Punkt Und das ist B Wir respawnen hier mal ganz kurz Und jetzt, Leute Jetzt geht's ab Jetzt machen wir die so richtig Können wir alle Einmal durchzählen, bitte Ja, keine Ahnung Ich habe nicht gezählt Aber das stimmt Stimmt bestimmt So, durchs Wasser durch Wie richtige Kämpfer Jetzt geht's ab Zeige ich schon die ganze Zeit Oh ne, jetzt feiten sie noch A Aber egal Aber egal Das ist in der Ecke A Da war unser Spawnpoint Da können wir die doch so ein bisschen einengen Das ist ganz praktisch Weil Dann sind sie Könnt ihr dann nicht mehr weg Weil jetzt könnten sie noch in alle Richtungen So ein bisschen Weil bald haben wir hier auch B eingenommen Und das Ding ist, sie werden wahrscheinlich A noch schaffen Aber Nehmen wir jetzt müssen wir noch Wirklich nur noch Ja, okay Sie haben A wieder neutralisiert Ich glaube, wir müssen wirklich zuerst alle umbringen Oh, lol Hier geht's ja runter Müssen wir jetzt erstmal noch alle umbringen von denen Und dann ist es dann fertig Weil die haben Ah, jetzt halt wieder neutralisiert Und jetzt eingenommen Und jetzt können sie neu spawnen Und das ist nie so geil Attack Lol, hä, das Tür ist offen Das Tür, Alter Kommt, Leute, kommt, Leute Rein Ja, da rein Oh, lol Da sind ja noch ein paar, Leute Was macht ihr denn Und Victory, Leute Wir sehen jetzt hier noch ein bisschen die Statistiken Und die Upgrades Die waren von uns Die waren von uns sogar Okay, doch Sie waren schon höher als Grün Aber gar nicht mal so viel Naja, okay Wir haben 273 Leute umgebracht 142 Leute mussten wir anfordern 125 davon sind gestorben Ja, ich glaube, das andere ist nicht so wichtig Okay, am Schluss sind wir halt wirklich abgegangen Okay, Leute Ich würde sagen Auch wenn es jetzt der Schluss ohne Facecam war Was mir ein bisschen leid tut Auf jeden Fall Das war es mit dieser Folge Wie hieß das Spiel nochmal? Shield World Wenn es euch gefallen hat Lassen Sie einen Like Und schreiben mir in den Kommentaren Wie ihr das Spiel fandet Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüssi